Moin Moin, hier ist Dominik. Willkommen zu einem kleinen, aber feinen weiteren neuen Video. Ich darf euch heute als erster hier auf YouTube das neue Update zu Foto.ai präsentieren, nämlich die Version 3.1. Es gibt viele Verbesserungen in der Software und wir schauen uns heute alle der neuen Verbesserungen an. Kurzer Hinweis für alle. Wenn ihr euch für die Software interessiert und ihr sagt, ihr habt das Upgrade auf die Version 3 noch nicht, dann könnt ihr das Ganze gerne über die Affiliate-Links unten in der Videobeschreibung einmal durchführen. Wenn ihr über diese Links etwas kauft oder ein Upgrade durchführt, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision. Sprich, ihr unterstützt damit meine Arbeit hier auf meinem YouTube-Kanal. Vielen Dank für jeden, der das in Erwägung zieht. So, okay. Jetzt kommen wir zu den Neuerungen. So, jetzt ist meine Stimme auch wieder da. Okay. Was für Verbesserungen gibt es denn eigentlich? Ja, es gibt eine neue Vorschlagfunktion. Was genau meine ich damit? Aufmerksamhetsschauer werden es unten rechts schon gemerkt haben. Wir haben nämlich einen neuen Bereich. Wir haben neue Tabs. Und ja, ganz einfach. Diese Tabs hier unten, also diese hier, das sind im Prinzip die Bearbeitungen, die wir beim blauen Adjustment-Button auch finden. Wir haben zwei Möglichkeiten. Oder drei Möglichkeiten eigentlich. Entweder wir lassen das Ganze komplett automatisch über den Autopiloten innerhalb von Photo AI laufen. Das heißt, ihr ladet ein Bild rein, Photo AI analysiert es automatisch und schmeißt die Optimierungen vollkommen alleine und eigenständig auf die Bilder drauf. Wer das nicht möchte, kann das Ganze auch ausschalten und kann das Ganze über den blauen Adjustment-Button selber einstellen. Das heißt, ihr definiert selber, welche Bearbeitungen und Verbesserungen ihr an dem Bild einsetzen möchtet. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr sagt, ihr macht eine Verbindung von beiden Workflows, beispielsweise ihr seid neu in der Software und wisst nicht so ganz, womit ihr anfangen sollt. Ihr wisst nicht, was der Adjustment-Button ist, beispielsweise als totaler Anfänger. Dann habt ihr jetzt mit den Vorschlägen die Möglichkeit, erst mal zu sagen, hey, was zum Beispiel macht denn der Punkt Dinos? Dann kann man da einfach draufklicken und dann wird das Ganze vollkommen automatisch angewendet und es öffnen sich die Einstellungen, wo ihr selber nochmal nachbearbeiten könnt. Das heißt, diese neuen Vorschläge sind einfach nur dazu da, um für bestehende oder neue Kunden in der Software oder Anwender in der Software dafür zu sorgen, dass man schneller, flexibler und auch viel wesentlich einfacher zu seinem Ergebnis kommt und auch schneller zu seinem Ergebnis kommt zu der Optimierung, die man schlussendlich haben möchte. Es ist einfach eine Workflow-Optimierung, die hier stattfindet, um für den Anwender einfach ein noch besseres Arbeiten und ein schnelleres Arbeiten zu ermöglichen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, der Weg zum Adjustment-Button ist uns zu lang, als Beispiel, dann können wir einfach hier unten hingehen, Upscaling klicken und zack, wird das Upscaling durchgeführt und wir können wie immer sagen, okay, zweimal reicht uns nicht, wir wollen vielleicht viermal, dann klicken wir auf viermal und er fängt entsprechend an zu arbeiten. So, wunderbar. Dann haben wir die Möglichkeit, die Werkzeuge mit einem X hier oben zu schließen oder, was ich immer gern mache, ich klicke einfach hier auf der rechten Arbeits- oder Werkzeugleiste auf das Werkzeug drauf und dann wird es auch geschlossen. Wenn ich noch mehr sehen möchte, dann kann ich hier oben einmal draufklicken und dann klappt sich dieses etwas längere Menü in ein schmaleres Menü und wir sehen mehr von unserem Bild und werden weniger abgelenkt. Wenn wir das wieder zurückgängig machen wollen, klicken wir nochmal hier oben drauf und schon haben wir das Menü wieder ausgeklappt. Wir können das hier also ein- und ausklappen, ja? Okay. Ein Punkt, der das Bild wirklich optimiert, fehlt hier aber aktuell. Ah, aber, gerade mal nachgeschaut, ich habe ihn gefunden. So, hier in den Vorschlägen ist der Punkt Adjust Lightning. Anklicken und schon wird das Ganze angewendet. Wenn wir jetzt sagen, wir sind Profi-Nutzer oder fortgeschrittener Nutzer in der Software und brauchen die Vorschläge nicht. Kein Problem, dann können wir sie mit einem X auch einfach verkleinern bzw. wegklicken. So, des Weiteren können wir hier oben im Menüband auf Edit klicken. Preferences, also Einstellungen im Deutschen. Leider gibt es die Software nicht mit deutschen Texten. Und dann können wir zum Punkt Autopilot gehen. Und hier können wir den Punkt Automatic Apply Filters ein- und ausschalten. Wenn wir den ausschalten und auf Apply klicken, dann werden die Filter, also die Adjustments oder Verbesserungen im Deutschen, nicht automatisch angewendet. Das heißt, wir müssen selber manuell eingreifen. Wenn man das manuell machen möchte, kann man das eben so aus- und einschalten. Ich zeige es nochmal. Wenn ihr keine automatischen Optimierungen innerhalb der Software haben möchtet, geht ihr innerhalb bei der Software oben auf den Menüpunkt Edit, Preferences, Autopilot und sucht euch hier den einzigen Punkt Automatic, Apply Filters und schaltet ihn einfach aus. Ist er grau hinterlegt? Ist er ausgeschaltet? Ist er blau hinterlegt? Ist er angeschaltet, also aktiviert? Dann wird er angewendet. Ich möchte es aktivieren. Blau hinterlegt. Also klicke ich auf Apply. Der Button ist jetzt auch blau. So, zack. Und die Sachen haben sich entsprechend umgeändert. So, das mal dazu. Ich würde sagen, wir springen zum nächsten Punkt. Okay. Jetzt kommen wir zu der Verbesserung der Textwiederherstellung. Okay. Ich habe jetzt hier ein sehr großes Kunstwerk, das ich selbst mal vor ein paar Monaten erstellt habe. Bin ja auch Künstler. Da ist es naheliegend, Kunst zu erstellen. Und ich habe jetzt hier ein Wasserzeichen, das ich irgendwann mal erstellt habe. Und das ist auf das Bild eingebrannt. Und ich möchte den Text verbessern. Dann können wir das natürlich tun. Ich zoome hier entsprechend nah ran, damit ihr das seht. Damit ihr es gut seht. Denn auch ich mit meinen 10% Sehkraft muss da sehr stark heranzoomen, sonst kann ich da nicht arbeiten. So. Und wir nehmen uns jetzt bei Add Adjustments den Bereich, wo haben wir ihn? Hier den Precise Text draufklicken. Dann öffnet sich hier ein Fenster. Ich ziehe mir das Fenster mal auf die Seite. Wir können ja Fenster in der Software an- und abdocken. Und jetzt können wir hier selber definieren, was wir denn optimiert haben wollen. Das heißt, wir machen hier einfach eine Maske. So. Können die auch ein bisschen kleiner machen. Können jetzt Bereiche, die noch nicht passen oder die zu viel sind, hier auch einfach wegnehmen natürlich. So. Ihr seht das. Das hat jetzt keine wirkliche Auswirkung auf die Verbesserung, aber einfach, um vielleicht eine bessere Ordnung zu gewährleisten oder um einfach einen besseren Überblick zu haben. Einfach Ordnung, was wir denn hier maskieren wollen. oder was er verbessern soll. Dann kann man das hier nochmal, ich sag mal, zuschneiden. Man kann die Maske halt nochmal optimieren. So. Ich mach das halt immer gerne. Ordnung muss sein. So. Nochmal kurz auf den Plus-Button. Ja, das reicht jetzt. Wir haben den Text auf jeden Fall ausgewählt. Die Maske ist jetzt nicht die schönste, aber sie funktioniert. So. Dann warten wir kurz. Er hat das Ganze auch schon angewendet. Und wir schauen uns das mal an. So. Vorher. Vorher. Nachher. Vorher. Nachher. Ich suche nochmal näher ran, damit ihr es seht. Ja. Nehmen wir uns mal diesen Bereich hier. Ja. Also das ist der Text vor der Textoptimierung oder vor der Wiederherstellung des Textes. Das ist der Text danach. Ja. Man sieht, hier ist er sehr pixelig und sehr, sehr unscharf. Und hier hat sich schon ein wenig verbessert. Wenn wir jetzt sagen, das ist zu wenig, können wir hier jeweils immer wieder draufklicken und können natürlich hier die Strongness, also die Stärke nochmal nach oben setzen. Ja. Ich setze das mal ganz nach oben. Dann sehen wir hier, dass das Ganze entsprechend verstärkt wurde beziehungsweise optimiert wurde. In meinem Fall ist es jetzt viel zu stark eingesetzt. Deswegen setzen wir das hier nochmal runter. auf 44%. Das passt ganz gut. Im Übrigen haben wir hier oben die AI-Modelle. Einmal Low Resolution, also für geringe Auflösung. Und hier auch einmal, wenn es um das Rauschen geht, beziehungsweise hier auch nochmal haben wir zwei Möglichkeiten, die wir setzen können. vorher, nachher. Und wenn wir jetzt uns das mal so angucken, ja, wenn wir es so betrachten, wird man den Unterschied natürlich nicht merken, aber sobald wir hier reinzoomen, so, wenn wir die Maus auch gegriffen kriegen, sobald wir hier reinzoomen, sehen wir, dass er hier auch eine kleine Verbesserung umgesetzt hat. So, also, soviel zum Text verbessern Werkzeug oder zum Text Wiederherstellungswerkzeug. Okay, ich würde sagen, wir springen zum nächsten Thema. Okay, jetzt kommen wir zum nächsten und jetzt kommen wir nochmal zum Upscaling und zur Gesichtswiederherstellung und der Verbesserung davon. Also, wir haben jetzt hier ein Bild, ihr seht, das ist relativ groß und das will ich zuschneiden. Ich sage hier also beim Croppen, das Ganze soll eins zu eins zugeschnitten werden und soll auch wesentlich kleiner was wir jetzt auch sehen, dass er in der neuen Version, wenn wir mit dem zuschneiden Werkzeug arbeiten, leichte Probleme bei der Performance hat. Das ist aber nicht allzu tragisch, wir klicken auf Apply, er schneidet das Ganze zu, wendet die Sachen an und wir schauen uns mal vorher, nachher an. Das ist vorher und das ist nachher. wir sehen, das funktioniert auf jeden Fall, ist übrigens mit dem Bild von mir selbst, von daher alles safe. So, das ist vorher, wir sehen auflösungstechnisch nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut, mit den Optimierungen, zack, verbessert. Was haben wir denn hier genutzt? Zum einen Face-Recovery, dann die Farbbalance, schärfen, also schärfen, die Noise, entrauschen, die Lichtverbesserung und natürlich Upscaling. Wenn wir jetzt hier nochmal auf Upscaling gehen und ich sage mal, ich möchte das um 4 nach oben setzen, kein Problem, dann setzt er das entsprechend um 4 nach oben und dann können wir uns das nochmal angucken, vorher, nachher, jetzt mit einem Upscaling von 4, also er hat jetzt die Auflösung um 4 nach oben gesetzt, also die Auflösung ist jetzt 4 mal so hoch wie im Original und dafür haben wir hier ein gutes Ergebnis, wie ich finde auch mit den weiteren Werkzeugen, mit dem Color-Werkzeug mit dem Lightning-Werkzeug, die eben die Lichter und die Farben nochmal optimieren und korrigieren, klappt das Ganze besser als in der vorigen Version, denn in der vorigen Version hatte die Software Probleme, wenn es genau um diese Situation hier ging, wenn es genau darum ging, ein Gesicht hoch zu skalieren und dann in den nächsten zwei Schritten zu sagen, das Licht soll angepasst werden und die Farben sollen korrigiert werden, hat das in der damaligen Version nicht so gut funktioniert. Die Ergebnisse waren einfach nicht so gut. Es gab Fragmente im Gesicht und einige andere Sachen, die sehr unschön waren. Jetzt sehen wir, ist das Ganze viel, viel besser geworden. Ihr seht es ja, das ist Original, das ist Vorher und das ist Nachher. Also das ist halt schon sehr, sehr gut, wenn man hier berücksichtigt, dass er nur eine JPEG-Datei bekommt und sonst nicht mehr Daten. Also der kann jetzt keine weiteren Daten aus dem Ding ziehen, aus dem Bild, wie aus einem RAW-Bild. Aus einem RAW-Bild können wesentlich mehr Infos gezogen werden, die genutzt werden können, um die Bilder entsprechend zu optimieren. Bei einem JPEG geht das aber nicht. Ein JPEG hat wesentlich weniger Infos als eine RAW-Datei. Also hier auch das wurde sehr, sehr gut optimiert, sinnvoll, erweitert, da kann man wirklich nicht meckern. So, okay, damit kommen wir jetzt zum letzten Teil. Und zwar jetzt möchte ich noch mal nachgucken, wie sich die Neuerungen verhalten, wenn es um AI-Bilder geht, also um AI-Art, im Deutschen um künstliche Kunst, ja. So, also, ich habe jetzt hier mir ein Bild genommen, habe das Ganze noch mal zuschneiden lassen, ähm, und wir sehen, dass er hier Scharten genutzt hat, der hat Dino genutzt und er hat gesagt, hey, vielleicht ist es sinnvoll, das Bild noch mal hoch zu skalieren. Also, gehen wir mal zum Hochskalieren, hat das Ganze jetzt vierfach hochskaliert, wir können auch sagen, Max, dann wird es auf das Maximum hochskaliert, so, und wenn wir uns das hier mal anschauen, sehen wir, dass es gut funktioniert, ich zoome hier mal rein, bewege hier mal das Bild so ein bisschen, ja, auch das ist eine Optimierung, die stattgefunden hat, dieses hin und her bewegen mit der Maus in dem reingezoomten Bild ist auch hier verbessert worden, das funktioniert sehr, sehr smooth, das muss man wirklich sagen, er zieht hier so ein bisschen nach, natürlich, aber er ist ja sehr, sehr schnell hier wieder bei der entsprechenden verarbeiteten Variante, das ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt worden, das funktioniert hier sehr schnell, so, ansonsten würde ich jetzt hier das Scherpen noch mal das runtersetzen, so, wunderbar, wenn wir jetzt hier noch mal sagen, wir wollen weitere Sachen hinzufügen, dann können wir das natürlich tun, wenn wir sagen, hey, die Lichtsituation passt noch nicht, die muss korrigiert werden, dann können wir das natürlich tun, so, das ziehen wir mal kurz ab, das ist jetzt viel zu stark, deswegen setzen wir das nochmal runter und wir sehen, er hat das Ganze auch schnell optimiert, so, wenn wir es hier wieder nach oben setzen, wir sehen, das funktioniert hier auch sehr, sehr schnell und weiterhin auch sehr effizient, vorher, nachher, also, das ist jetzt vorher und das ist nachher mit der Lichtoptimierung und die Lichtoptimierung, wenn wir Bilder haben, wo eben nicht so gute Lichtsituationen waren oder das Bild einfach unterbelichtet von den Lichtern her, dann ist das eine sehr gute Option und funktioniert sehr, sehr gut. Ja, das war so mein Video zu einigen der Neuerungen, es müssten alle gewesen sein, ich hoffe, ihr seid gut informiert, ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid, was neu ist, wenn ihr Photo AI in der Version 3 habt, probiert das Update, das für Anwender von Photo AI in der Version 3 umsonst ist, gerne aus, falls ihr die Version 3 noch nicht besitzt und ihr sagt, hey, das ist sinnvoll für eure Bildbearbeitung, egal ob mit echten Fotos oder mit AI Kunst, dann könnt ihr das Ganze wie gesagt unten über die Affiliate Links gerne erwerben, könnt auch gerne ein Upgrade durchführen, ich müsste auch einen Rabattcode haben, schaut da einfach mal unten in die Videobeschreibung, ich sage vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Video, also bis bald, bleibt immer kreativ. Zuhören